Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hoheluft. Und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts der BBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Mein heutiger Gast, das ist Jürgen Kaube, FAZ-Herausgeber und Ludwig Börne-Preisträger. Guten Tag, Jürgen Kaube. Guten Tag, Frau Reinhardt aus Frankfurt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben heute ein großes, um nicht zu sagen ein übergroßes Thema. Was war Hegels Welt? Es geht um keinen geringeren als Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Und ich muss sagen persönlich, lustigerweise meine erste Assoziation zu Hegel war Freiheit. Ich meine die innere, die geistige Freiheit, weil ich meine mich zu erinnern, dass ich damals an der FU in meinem Studium während eines Seminars über Hegels Phänomenologie des Geistes das erste Mal für mich verstanden habe, was es bedeutet, eine geistige Freiheit zu haben, unendliche Räume des Denkens abschreiten zu können, was für mich nicht heißt, alles verstanden zu haben. Also innere Freiheit, würde ich sagen, heißt für mich eigentlich bis heute. Und ich glaube, es ist gerade in diesen unsicheren Zeiten auch so wichtig für mich. Innere Freiheit heißt, nicht alles zu verstehen, aber die Möglichkeit zu haben, es verstehen zu können. Und dafür habe ich ein Leben lang Zeit. Jürgen Kaube, was ist denn für Sie Freiheit? Freiheit ist, glaube ich, die Möglichkeit, sich kognitiv auf Situationen gut einstellen zu können, in denen man sich befindet und nicht das eigene Handeln als schicksalshaft zu empfinden. Also zu sagen, weil ich mich auskenne, das kann ein ganz kleiner Lebensbezirk sein oder etwas sehr Großes, weil ich mich ein bisschen auskenne, habe ich Möglichkeiten auszuweichen, mich zu entscheiden, auch spontan zu handeln und bin nicht sozusagen das Opfer der Umstände. Okay, okay. Ja, also auch für Hegel sicherlich ist Freiheit ein ganz wichtiger Begriff. Wir sprechen heute über Ihre große Hegel-Biografie, Hegels Welt heißt die. Wir befinden uns ja im Jahr des 250. Geburtstags von Hegel. Und was mich natürlich ganz am Anfang mal interessieren würde, Ihre Biografie ist nicht die einzige natürlich, die dieses Jahr entschieden wurde. Was hat Sie eigentlich bewogen, eine große, eine sehr anspruchsvolle Biografie vorzulegen über diese Ikone des deutschen Idealismus? Ein großer Denker, aber auch ein schwieriger Denker. Was hat Sie da an Hegels Zeit auch so interessiert? Und was speziell soll Ihre Biografie leisten? Das sind genau die beiden Dinge, die Sie schon angesprochen haben. Also zum einen ist es ein Philosoph, der mich seit langem begleitet, im Grunde seit dem Ende meiner Schulzeit. Und er ist ein schwieriger Philosoph und zugleich in irgendeiner Hinsicht bedeutend. Und es ist irgendwie eine interessante Aufgabe herauszufinden, ob man diese Schwierigkeiten überwinden kann, ob man ihn verstehen kann, was war die Pointe seiner Argumentation. Es ist ein extrem argumentierender Geist, manchmal über Seiten hinweg fast anschauungslos und gleichzeitig dann immer wieder sehr pointiert, also sehr, sehr, sehr zupackend. Und es gibt bei ihm, glaube ich, die längsten Sätze der deutschen Philosophie und die kürzesten auch. Und das ist also das eine, dass jemanden beim Denken zuzuschauen, der, ich sage es mal etwas salopp im Denken, wirklich gut war. Und viel auf sich genommen hat und immer noch genauer etwas wissen wollte und jeden Gedanken noch mal rumdreht. Ein sehr insistenter Denker. Das ist das eine. Das andere ist die Zeit. Man kann ja sagen, dass es in der Verdichtung der Intellektuellen, der Philosophen, der Künstler dieser Zeit eine Sonderepoche in der Weltgeschichte war. Also ich glaube, man hat ganz selten eine solche massive Verdichtung von Geist in einem Zeitraum und mitunter auch in einem Raum, also sagen wir mal jener 5000 Einwohner und davon irgendwie 150 Originalgenies. Das ist sehr, sehr interessant. Und wie verarbeitet so jemand diese Zeit, diese Zeit der Umbrüche, diese Zeit, in der wir zu Recht wohl sagen, da beginnt die Moderne im Unterschied zur Neuzeit. Richtig. Ich sage natürlich, vorher wurde auch schon neuzeitlich gedacht, es gab Aufklärung und Wissenschaft und große philosophische Projekte, Spinoza, Leibniz, auch die englischen Empiristen und so weiter. Aber das gibt dann doch noch mal einen Schub, der wirklich modern ist, in dem Sinne, wie man das heute nennen kann. Hegel ist ein Denker, den man nicht nur historisch betrachten kann, sondern man sagen muss, das ist eigentlich, in irgendeinem Sinne ist das immer noch Gegenwart. Also man könnte sagen, da fängt die Gegenwart an. Es ist ganz interessant, wir kommen vielleicht noch darauf, von welchem Zeitpunkt Hegel meinte, dass die Gegenwart anfängt. Aber ich glaube, für uns ist diese dann von Koselleck sogenannte Sattelzeit, also Alteuropa, eine agrarische Gesellschaft, eine Ständegesellschaft, ein Denken in Episoden, ein sehr punktuelles, verstreutes Denken, wird eigentlich abgelöst durch eine Umwälzung aller Dinge. So hat die Zeit sich ja auch erlebt. Es war ja wirklich dann auch die große Frage von Hegel, nicht nur die eigene Zeit zu beschreiben, sondern auch herauszufinden, was verbindet uns eigentlich noch mit der riesigen Tradition, der religiösen Tradition, der ästhetischen Tradition, der philosophischen Tradition. Heißt das jetzt eigentlich ab? Oder wie muss man sich eigentlich einen Epochenbruch denken? Das ist sicherlich eine seiner interessantesten Fragen. Und das sind diese beiden Dinge, die dann auch in der Biografie, Sie haben gefragt, was die leisten soll, also geleistet werden sollen, einerseits ein bisschen das verständlich zu machen, was sehr schwer ist, und zu zeigen, wenn man ein bisschen Kondition hat und ein bisschen Freude am Denken, dann ist es auch wieder nicht so schwer. Also es ist nicht unzugänglich und dunkel. Es ist am Ende eben doch nicht. und zu zeigen, was für eine Sonderepoche und auch eine Sonderexistenz dieser Philosophie war. Das ist eigentlich das. Und im Grunde etwas ganz pragmatisches, als ich fände es, die schönste Wirkung, die ich mir von unserem Buch vorstellen kann, ist eigentlich, dass danach jemand sagt, ich schaue mal in diese Schriften hinein. Nicht in alle, ich könnte die eine oder andere, würde ich mehr oder weniger empfehlen, aber für den Anfang, aber dass man es sich traut. Absolut. Also ich denke, das ist auch so wichtig, gerade für heutige Philosophinnen und Philosophen natürlich, Feuilletonistinnen und Feuilletonisten, sich zu trauen, tatsächlich die Primärtexte anzuschauen, nach meiner Beobachtung. Das ist wirklich toll. Und wenn Ihre Biografie Lust machen sollte, ja, Leuten da wirklich, sie zu verführen, ja, in dieser Lust mitzudenken, mit Hegel selbst, wäre das was Wunderschönes, auf jeden Fall. Was ich mich auch gefragt habe, ja, Sie sind ja nun mal auch vieles, also sozusagen, Sie vereinen, ja, in Ihrer Person viele Kompetenzen, ja, Sie sind studierter Philosoph, Sie sind aber auch Luhmann-Schüler, Sie sind Journalist. Durch welche Kompetenzbrille, jetzt mal etwas pointiert formuliert, haben Sie Hegel gelesen? Naja, da ich ihn irgendwie seit meinem 18. oder 19. Lebensjahr lese oder versuche zu lesen, sind das all die Dinge, die Sie genannt haben, spielen da eine Rolle. Studierter Philosoph, das ist sehr freundlich, dass Sie das sagen, ich habe das nach sechs Semestern abgebrochen und habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert, aber die Philosophie hat mich in dem, in einem gewissen Sinne nie ganz losgelassen, bin dann zur Soziologie gekommen, nach dem Studium und Niklas Luhmann würde sicherlich von manchen auch als eine Art Philosoph bezeichnet, er hätte das sicherlich von sich gewiesen, aber wir kommen vielleicht noch drauf, der Anspruch des Werkes ist ja ähnlich groß, wie das bei Hegel der Fall ist. Und der Journalismus, der führt jetzt nicht direkt zu Hegel, obwohl Hegel eineinhalb Jahre seines Lebens, er hat sie sicherlich nicht als die mühelosesten seiner Jahre, seiner Lebenszeit bezeichnet, aber der war ja dann auch in Bamberg Journalist und zwar der einzige Redakteur einer Zeitung, die auch nur eine Seite umfasste am Tag. Also der Journalismus führt nicht unbedingt auf Hegel zu, aber sagen wir mal so, was man im Journalismus lernen kann, ich würde mal sagen, insbesondere bei der Zeitung, für die ich arbeite, ist zu versuchen, schwierige Dinge zu übersetzen. Das ist ja so eine Leistung, die wir täglich vollbringen, dass man einfach sagt, wie kann man es übersetzen und auch interessant machen und was ist eigentlich der Punkt an einer Sache? Das Föton ist nicht so von Neuigkeiten getrieben, das ist nicht so der Hauptpunkt im Föton. Im Föton ist es eher, das Interesse an Dingen zu wecken, ohne die man auch leben könnte. Also es gibt keinen Zwang, sich mit Richard Wagner zu beschäftigen oder mit Lyrik oder mit Kinofilm oder so. Und insofern ist es die Aufgabe der Journalisten zu sagen, da ist ein Punkt, ihr habt etwas davon, es erfrischt euren Verstand, wenn ihr euch damit beschäftigt. Hier gibt es etwas zum Nachdenken. Das ist vielleicht auch eine ganz günstige Voraussetzung, und sich mit so jemandem wie Hegel zu beschäftigen. Also das schadet, glaube ich, nicht, wenn man dann sagt, so versetzen wir uns mal, und das fällt nicht schwer, weil wir sind selber von dieser Art, wir versetzen uns mal in einen Menschen, der eben kein professioneller Philosoph ist oder kein Hegel-Forscher. Das ist ja die größte Teil der Menschheit, ist ja kein Hegel-Forscher oder Forscherin und kann die nicht trotzdem etwas anfangen. Hegel selbst hat ja in seinen Berliner Vorlesungen insbesondere nicht zu Philosophen gesprochen. Das merkt man heute vielleicht nicht mehr, aber der hat ja zu preußischen Beamten, es waren natürlich nur Männer damals, aber Leuten, die dann später Landräte wurden oder Ministerialdirektoren oder so, Juristen und so, mit denen hat er gesprochen. Und insofern eigentlich zu Laien oder zu einem allgemeinen Publikum. Ja, nein, also ich denke, das ist eine der schönsten Aufgaben der Welt, wenn man so eine Position sicherlich hat, Menschen dazu zu verführen, ja, vielleicht zu erkennen oder Lust zu kriegen auf das, ohne dass sie selbstverständlich leben können, aber ohne dass sie vielleicht auch nicht leben wollen, auch wenn sie es vielleicht noch nicht wünschen. Und dazu gehört für mich die Kunst und absolut auch die Philosophie. Sie haben jetzt gerade schon mal erwähnt, eben, ja, oder suggeriert, oder so habe es ich jedenfalls verstanden, aber auch eine gewisse Nähe von Hegel zu Luhmann. Ich habe bei der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch eine alte Hohe Luftausgabe gefunden, genauer die Ausgabe 6 2015. Darin haben Sie nämlich ein wunderbares Porträt geschrieben über Niklas Luhmann, den Begründer der Systemtheorie, und Sie suggerieren da eben an einer Stelle ja, eben eine gewisse Nähe zwischen Luhmanns Anspruch, ja, an eine hochspezialisierte, multidisziplinäre Umfassenheit mit dem Hegelschen System. Also da irre ich dann nicht oder können Sie das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen? Naja, es gibt eine gemeinsame Ausgangssituation für beide Denker, nämlich die Tatsache einer Gesellschaft, die einerseits in Teilbereiche zu zerfallen scheint und die für alle Teilbereiche dann auch spezielle Wissenschaften hat, also die Naturerkenntnis, die Juristerei, die ästhetischen Wissenschaften, die Theologie oder die Religionswissenschaften und so weiter. Und andererseits eine Gesellschaft ist, die doch über all diese differenzierten Bereiche hinweg gewaltige Ähnlichkeiten dieser Bereiche aufzeigt. Also in allen Bereichen spielen Organisationen eine große Rolle. Wenn man das mit Max Weber ausdrücken würde, jeder Bereich hat seine eigene Sorte von Rationalität, man könnte auch sagen Rhetorik. Es gibt Begriffe, die man in allen diesen Bereichen verwendet, also Kausalität oder Menge oder Wille. Das spielt in der Kunst eine Rolle, das spielt Ehe eine Rolle, das spielt in der Jurisprudenz eine Rolle und so. Und deswegen dann die Idee, kann man nicht eine Theorie dieses Ganzen, ob man das jetzt Welt nennt oder Gesellschaft, es ist eine sekundäre Frage, kann man nicht eine Theorie entwickeln, die dem gerecht wird, also sowohl der Differenziertheit wie dem Zusammenhalt des Ganzen. Das ist so eine gemeinsame Situation. Hegel macht das in der Disziplin, Philosophie, die eine besondere Disziplin ist, irgendwie fällt die heraus aus anderen Disziplinen, weil unklar ist, ihr Bezug zur Empirie. Hegel löst das durch eine Art enzyklopädisches Herangehen. Er sammelt einfach, seit von früher Jugend an ist Hegel ein Leser, ein pränetischer Leser von allem, was ihm in die Finger kommt. Und es ist ein großes Vorurteil, dass er in den Naturwissenschaften nicht bewandert war oder sich das alles nur zusammenfantasiert hat. Er begeht Irrtüme, aber das begeht jeder zu seiner Zeit. Er war eine mathematische Begabung, er kennt sich in Mathematik sehr gut aus, und er liest aber eben sehr breit. Geschichte, Medizin, Farbenlehre, da setzt er dann auf Goethe und das war halt ein Irrtum. Aber er interessiert sich eigentlich für alles. Er hat eine homogene Neugier, wie das der französische Wissenschaftstheoretiker François Schlamer gesagt hat, über gute Forscher. Und das ist etwas, was ich von Niklas Luhmann auch sagen kann. Also wir haben hier, das kommt nicht oft vor, dass es Theorien von allem angestrebt werden. Und die Betonung liegt auf Theorie. Es ist ja keine Ideologie. Das hat man manchmal gesagt zu Hegel, aber es ist eigentlich politisch nicht wirklich verwertbar und es ist auch nicht in politischer Absicht geschrieben. Das würde für Niklas Luhmann auch gelten. Also Theorien von allem, die jetzt das Problem haben, welche Art von Evidenz hat man denn, wenn man kein Spezialist der Medizin ist, kein Spezialist, kein Jurist, kein Historiker, kein Physiker. Zum Teil für Hegel gab es diese Disziplinen als disziplinäre Körper noch gar nicht, sondern es gab halt einzelne Physiker. Aber die Physik als Disziplin entsteht eben erst. Das ist so eine ganz spezielle Situation. Und das kann man sagen, manche haben das auch getan, sowas muss scheitern. Das geht einfach nicht. Wir können das nicht haben, eine Theorie vom gesellschaftlichen oder geistigen Ganzen, wie Hegel das vielleicht formuliert hätte. Aber naja, man sollte es sich erst mal anschauen, bevor man dieses Urteil oder Vorurteil schnell bildet. Ja, nee, absolut. Also mir ist auch aufgefallen bei einigen Rezensionen jetzt eben anlässlich zahlreicher Hegel-Biografien, überhaupt auch anlässlich des 250. Geburtstages, dass doch bei sozusagen, ja, Autoren, die eben genau mit diesem das Ganze denken nicht so viel anfangen können, dass die dann tatsächlich so diesen Impetus verspüren, Hegel auch noch in die Nähe zu rücken eines totalitären Denkers, eines gewissen Totalitarismus, diese systemische Umfassenheit. Und das finde ich halt wahnsinnig schade. Das ist einfach auch nicht gedeckt durch seine Schriften. Das kann man, also insbesondere Karl Popper hat da viel Unheil angerichtet, indem er irgendeine Linie gezogen hat von Hegel zu Hitler über Bismarck. Ich weiß nicht, welche Zwischenstation das alles genommen haben soll, aber das ist natürlich weder, das wird weder dem politischen Hegel gerecht, noch der Denkleistung. Denn Hegels Zugang, Hegels Idee war ja zu sagen, also wer sagt, wir können keine Theorie von allem machen, wie verhält er sich eigentlich dazu, dass überall ähnliche Begriffe verwendet werden? Nehmen wir mal Kausalität oder Erscheinung oder Werden. und das ist ja Hegels, eine der Intuitionen von Hegel ist ja vor allem in der Wissenschaft der Logik dann entfaltet, zu sagen, ich kann eigentlich eine Art, ein sehr besonderes Lexikon aller Grundbegriffe, die man verwendet, wenn man denkt, die für das Denken maßgeblich sind und nicht nur maßgeblich, sondern unvermeidlich. Ich kann so ein Lexikon schreiben mit der besonderen Pointe und deswegen ist es kein Lexikon, dass er auch noch sagt, ich kann diese Begriffe auseinander hervorgehen lassen. Ich kann mit einfachen Begriffen anfangen und kann dann zeigen, dass wenn man die genau anschaut und durchdenkt, man zwangsläufig auf weitere Begriffe kommt und die führen zu wieder weiteren Begriffen. Das ist eine sehr faszinierende Vorstellung und ich finde es auch gegenüber einer Tradition oder einem solchen Werk einfach voreilig, jetzt zu sagen, das irgendwo abzubuchen und zu sagen, ja, geht nicht oder ist politisch gefährlich. Man kann sich Hitler nicht als Hegelleser vorstellen und auch seine Spießgesellen nicht. Ich weiß nicht ausschließt, dass es nationalsozialistische Hegelforschung gab oder Hegelianer darunter, aber da gibt es auch Kantianer und auch Anhänger von Pleist oder von Goethe oder von Schiller. Die Nationalsozialisten waren irgendwie überall unterwegs, also solange die Autoren nicht jüdisch waren. Ansonsten waren die ja nicht sehr wählerisch. Die haben aus allem einen Nazi gemacht. Nein, aber das ist einfach alles viel zu voreilig und völlig unterhalb der Denkleistung angesiedelt. Man sollte sich einfach verhalten zu den Argumenten von Hegel, sagen wir mal, über den Unterschied zwischen Wesen und Erscheinung. Da hat er das Schwierigste und auch Hinreißendste geschrieben, was man darüber schreiben kann. Und dieser Anspruch zu sagen, ihr verwendet überall ähnliche Begriffe und es sind überall ähnliche Denkmuster, ganz egal, ob ihr Mediziner seid oder Historiker oder Pädagogen, dieser Anspruch ist zumindest nicht so einfach vom Tisch zu wischen. Das kann man nur prüfen. Das kann man nicht von vornherein negieren. Richtig. Vielleicht gehen wir doch gerade mal jetzt zu dem hegelschen Zentralbegriff des Geistes. Den Subjektiven, den Objektiven, den absoluten Geist. Das ist ja ein hoch spannender Begriff, in dem ja so diese hegelspezifische Verknüpfung von Philosophie, Denken, Wirklichkeit, Weltgeschichte stattfindet. Was würden Sie sagen, welche Wahrheit oder was ist das Besondere, das Spezifische, das der hegelsche Geist erfasst hat oder erfassen wollte? Ich glaube, Hegel bringt den Begriff Geist ins Spiel, gar nicht von vornherein in seinem Werk. Es ist eigentlich ein, der Begriff Geist steht am Ende einer Reihe von Begriffen, mit denen er es vorher versucht hat, das Ganze auszudrücken. Das sind Begriffe wie Liebe, Leben, Vernunft, die er auch nicht loslässt, sondern die ein bisschen nur einen anderen Ort in seinen Argumentationen dann einnehmen später. Er versucht mit diesem Begriff Geist etwas zu erfassen, wovon man vielleicht zwei Eigenschaften betonen muss. Das eine ist eben dieser Eindruck, den er hat und dieses Argument, das er verfolgt, dass alles, was wir sagen, begriffliche Voraussetzungen hat. Also, selbst wenn man sagt, heilender Idealismus, das ist abgehoben und im Prinzip ist der sogenannte Materialismus maßgebend, dann würde Hegel erst mal sagen, naja, Materie ist ja auch nur erst mal ein Begriff. Materie im Unterschied, und man könnte auch sagen, es ist eine Unterscheidung, Materie im Unterschied zu meinetwegen Seele oder eben Geist. Also Hegel insistiert, dass es gar nicht ohne Begriffe geht und dass es dann lohnt, es den Begriff, des Begriffs selber zu untersuchen. was heißt das eigentlich Begriffsbildung? Was heißt eigentlich unterscheiden? Heißt unterscheiden, notwendig zu Dualismen kommen? Ja, Geist, Materie, Gut, Böse, Mann, Frau, Geschichte, Ewigkeit oder solche Dinge. Oder wie es eben Hegels Ansicht war, dass man das dann doch auflösen muss, dass man das Denken so eine Unruhe verspürt, wenn es auf einen Dualismus stößt, weil es nach der Einheit des Dualismus fragt, dass man sagt, Mann, Frau, ja, Mensch, zum Beispiel. Oder Mann, Frau, Geschlecht. Und dann kommt man vielleicht darauf, dass das gar keine vollständige Unterscheidung ist. Also das ist das eine, das eine Argument, das er verträgt, wenn es um den Geist geht. Also das ist keine, das ist nicht Idealismus Idealismus im Sinne von Schwärmerei. Ja, Schwärmerei oder der Hegel war nun wirklich kein Schwärmer, er war alles andere als ein Schwärmer. Nein, aber es ist auch nicht Idealismus im Sinne, im Sinne Geisterreich oder alles ist nur, alles ist nur eine Konstruktion oder die Wirklichkeit gibt es gar nicht oder irgendwie so etwas. Oder wir können von den Körpern absehen oder sowas. Das ist alles, findet sich alles in den Texten gar nicht. Und wenn es über ihn behauptet wird, ist es einfach nur ein verwegenes Gerede über Hegel. Also wer so redet über Hegel, hat es einfach nicht gelesen. Der zweite Punkt, was für diesen Geistbegriff entscheidend ist, ist, dass Hegel sagt, wir, wenn wir denken, dann denken wir immer mittels mittels Begriffen, mittels Begriffen, Konzepten, das ist kein schönes Wort und es ist auch viel später gekommen, Hegel verwendet es nicht, mittels Weltanschauung, Weltbildern, die nicht von uns selbst sind. Ja, wir sind eigentlich nie richtig originell. Hegel hat anders als andere Idealisten, Fichte ist da zu nennen, vielleicht auch Schelling, insbesondere Reinhold, hat ja nie die Idee gehabt, dass man alles aus einem Satz ableiten kann oder alles aus dem eigenen Kopf ziehen kann, sondern Geist heißt einfach, es ist immer alles schon da. Ich darf ganz kurz zitieren, es gilt zu verstehen, Zitat aus Ihrem Buch, das schon vor uns gedacht wurde und wir uns die Welt nicht ausdenken, sondern uns bestenfalls in sie hineindenken können. Ja, das ist so sein, die Phänomenologie des Geistes, das andere große Buch, außer der Wissenschaft der Logik, ist ja eine Abfolge von schon existierenden Philosophien. Also Hegel ist nicht angetreten, hat gesagt, ich entwickle das jetzt aus einer einzigen Evidenz, ja, Kubito, Erbe, Summen oder Ich gleich Ich oder A gleich A, was da alles so im Angebot war, sondern Hegel hat gesagt, ich entwickle die Beschreibung des Ganzen aus Beschreibung des Ganzen, die es schon gibt. Den Skeptizismus, den Materialismus, den Atomismus, die Vorstellung, dass die Welt eigentlich eine sittliche Prüfung ist und so weiter und so fort. Und das meint Geist. Geist meint, es ist immer schon ein Ensemble, ein Netzwerk, würden wir heute sagen, von Begriffen da, und jetzt muss geprüft werden, ist das denn konsistent, kann das denn wirklich sein, was bedeutet es, dass es mehrere solcher Netzwerke gibt. Das ist so die Charakteristik. Ja, es ist ja das Interessante, dass Hegel ja nicht nur ein Geistwesen war und nicht nur aus Gedanken bestand, die auch wieder neue Konstruktionen der Wirklichkeit schaffen, sondern Hegel war ja auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Hegel hatte eine Familie, er hat einiges geschrieben über Ehe und Familie, aber er hat das ja auch gelebt. Was war denn, es geht ja sehr viel auch um den Menschen Hegels in Ihrer Biografie Hegels Welt. Was war denn Hegel für ein Mensch? Jetzt haben wir gehört, was er für ein Philosoph war. Er war ein Philosoph, der seine Zeit in Gedanken erfassen wollte. Aber was war er für sein Mensch? Wie ging sein Leben und sein Werk zusammen zu seinen Lebzeiten? Hegel war zunächst ein sehr fleißiger Mensch, ein sehr konzentrierter Mensch, der eigentlich ein relativ unspektakuläres Leben führte, während um ihn herum alles ein Tumult war. Er hatte auch einen Krieg, Umsturz, Bände, Revolution, wieder ein Heer, wieder eine andere Herrschaft, Napoleon, also die französische Revolution, der Herzog von Württemberg. Dann ist er in Bern bei Patrizien, dann die Folgekriege der Revolution, dann Napoleon, dann die Preußen. Also um ihn herum wandelte sich dauernd alles und er hat einen sehr insistenten, auch sehr langsamen Weg. Er kommt ganz langsam entlang. Er fängt eigentlich erst mit 30 an, richtig zu philosophieren und zu sagen, Philosophie, das ist das. Und er war sehr zäh, er war sehr konzentriert, sehr geduldig und ansonsten führte er auch insofern ein unspektakuläres Leben, als er eigentlich in seiner Freizeit nicht weiter die intellektuellen Rolle spielte. Also er war, wenn er eine Auslandsreise macht, dann schreibt er Postkarten, wie wir sie aufschreiben würden. Er geht in die Oper, um sich zu unterhalten und findet eigentlich dann eher so italienische, komische Opern sehr gut und schwärmt die Sängerinnen an und solche Dinge. Also er hat sich vollständig konzentriert auf das Denken. Das ist sehr bemerkenswert. Mit auch gewissen Rücksichtslosigkeiten. Er war ein umgänglicher Mensch, sagen alle. Er hat sehr gern Karten gespielt und Wein getrunken. Aber er war auch jemand, der jemandem abrupt den Rücken zudrehen konnte. Das ist zum Beispiel der Fall mit Schelling, in gewisser Weise auch mit Hölderlin. Er war auch rücksichtslos. Also da möchte ich direkt auch ein Zitat nochmal aus Ihrem Buch zitieren, Hegels Welt. Freundlicher beschrieben hat er, um die Konzentration auf seine Gedanken zu wahren, eine Zone der Indifferenz gegenüber alltäglichen Angelegenheiten geschaffen. Also das ist natürlich schon, kann man sich was vorstellen. Ja, er hatte einfach so ein Programm, was ihn interessiert. Das waren hohe Gegenstände. Er hat keine, er war keine, es gibt ein paar Aphorismen von ihm, aber er war nicht kein aphoristischer Geist. Und er hat sich nicht wirklich zerstreut. Er hat eigentlich, wie gesagt, die Konzentrationsfähigkeit, es gehört zu den wesentlichen Eigenschaften. Man muss sich vorstellen, die Phänomologie des Geistes zu schreiben, er hat das auch ein bisschen stilisiert, während draußen irgendwie die Truppen durch die Stadt laufen und er muss dann die Wohnung wechseln, ist ausgebrannt und hat ein unnötiges Kind gerade gezeugt. Also er hat den ganzen Härten seiner Welt gegenüber eine große Insistenz bewahrt im Blick auf das, was dann das Werk gemorben ist. Ja, wir sind fast am Ende. Vielleicht aber können wir noch mal ein bisschen da jetzt den Bogen ganz zurückschlagen an den Anfang, also eben auch zu ihrer Profession, zur Philosophie und speziell natürlich auch zum Feuilleton. Ich denke, also mich begeistert Hegel auch, also auch die neuliche Beschäftigung mit ihm hat mich begeistert, weil er eben auch so ein widersprüchlicher Denker war, der einen immer wieder so überrascht, also im guten Sinn. Ich glaube, das schreiben sie auch. Ich würde mir wünschen wollen, wenn ich das Feuilleton aufschlage, dass mich noch mehr Autoren dort, wie auch in der Philosophie, muss ich sagen, mehr in diesem hegelischen Sinne tatsächlich überraschen, eben dadurch, dass sie so eine Art Umfassendheit immer schon mitdenken, die per se widersprüchlich, konfliktreich, gegensätzlich, dialektisch oder was schon immer ist. Was würden Sie persönlich sagen? Was können Philosophen, was können Feuilletonisten heute von Hegel besonders lernen? Ja, vielleicht das, was wir schon angesprochen haben, dass so direkte Zugriffe auf die Welt immer darunter leiden, dass es sie schon gegeben hat. Ganz vieles ist schon gedacht worden, ganz vieles ist im Kern schon gedacht worden. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht schlimm. Also Hegels gerade in seiner eigenen Pädagogik, die er nie geschrieben hat, aber vergeblich hat als Gymnasialdirektor in Nürnberg und in seinen Schulreden, insistiert Hegel eigentlich darauf, dass man nicht mit Originalität anfangen soll. Also nicht sagen soll, Originalität ist sehr hart erarbeitet. Und das ist etwas, was man vielleicht vermissen kann, dass man das in den Geisteswissenschaften, vielleicht anders als in den Naturwissenschaften, man mitunter den Eindruck hat, es gibt keinen Stand der Forschung. Das wird dann oft zurückgewiesen und wird dann gesagt, Geisteswissenschaften sind eben ganz anders. Ich weiß nicht, das hätte Hegel, der nicht der Meinung war, dass er Geisteswissenschaft betreibt, obwohl der Begriff Geister eine große Rolle spielt, das hätte Hegel anders gesehen. Er hätte gesagt, es gibt nur Wissenschaft und natürlich muss die einen Stand haben. Dahinter wollen wir nicht zurück. Das Argument hatten wir schon. Also das ist zum Beispiel etwas, was man in diesem Werk entgegeben kann, so als Mentalität oder als Haltung gegenüber dem Erkenntnis. Und ja, und dann das andere ist die Konzentration, also sich nicht ablenken lassen und das Argument nochmal umdrehen und sich sozusagen auch vor der Historie nicht blamieren zu wollen, dadurch, dass man etwas vorträgt und dann kommt jemand und sagt, ne, also erkennbar, erkennbar widersprüchlich, das kann so gar nicht sein. Auch das ist etwas, was man zumindest versuchen kann, ob es dann gelingt, müssen dann eben die anderen beurteilen. Aber dieses Ethos von Hegel ist, finde ich, ein ganz vorbildliches. Und vergleichen. Hegel war eben ein großer Vergleicher. Und dieses breite Lesen, das hat Voraussetzungen, auch in der Universität, in der Schule, dafür braucht man Zeit, wenn man breit lesen will. Und Konzentration. Das wird heute oft nicht begünstigt. Man hat manchmal den Eindruck, wenn jemand 40 Mal denselben Aufsatz schreibt, hat die Person mehr davon, als wenn sie dreimal etwas Interessantes schreibt. Und das sollte man institutionell anders gewichten. Das wäre auch ernst, was man daran lernt. Ja, Jürgen Kaube, vielen Dank. Eine aller, allerletzte Frage. Dieser Podcast ist sozusagen angetreten, um Lust am Lesen zu machen. Und ich würde Sie deswegen bitten, vielleicht den WBG-Mitgliedern, allen Leuten, die noch mehr Lust kriegen möchten auf ihre Biografie, auf Hegel und generell, ja, auf die Welt der Sachbücher, der Literatur, was auch immer. Haben Sie persönlich eine Empfehlung? Ja, ich habe eine Empfehlung. Das ist auch ein Philosoph, ein verstorbener Philosoph, der denkbar weit entfernt von Hegel gedacht hat. Hegel spielt in seinem Werk nur an ganz wenigen Stellen eine Rolle. Das ist Hans Blumenberg, aus dessen Nachlass jetzt ein Band erschienen ist, der heißt Realität und Realismus. Das ist eine kleine Geschichte und Philosophie des Begriffes Wirklichkeit. Ab wann nennen wir etwas denn eigentlich wirklich? Und er hat die These, dass das in verschiedenen Epochen ganz andere Arten gab, etwas als wirklich zu beschreiben, also ganz andere Kriterien dafür. Und das ist ein sehr verständlich geschriebenes Buch, wie gesagt, ein Nachlassmanuskript. Und das kann man nur jedem empfehlen, auch allen, die in die Philosophie hineinfinden wollen. Dafür ist das ein sehr gutes Buch. Ich danke Ihnen. Ich danke Jürgen Kaube. Ich danke Ihnen allen fürs Zusehen, fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie mir schreiben, Ihre Kommentare, Wünsche, Anregungen, Kritik auf der WBG-Facebook-Seite, auf der Community-Plattform. Was sagen Sie dazu?